Machen wir mal so ein Turnier mit Preisgeldern, FFAs? Oh, oh, oh. Ja, schon wild, aber dann würden alle tryharen. Ja, das stimmt auch wieder. Ne, wir müssen die Sets vorgeben, wir machen so random Sets, Leute reichen die ein von die Sets und dann werden die zugeteilt einfach, die Mons. Stark, stark. Einfach ein neues System aufstellen, wir machen FFA 2.0 ab jetzt. Ich glaube aber 5.0 hat noch niemand geschafft in der FFA. Wir haben schon FFA 2.0 gemacht, als wir present verbannt haben. Das stimmt. Das stimmt. Das heißt, wir machen FFA 3.0. Wir sind sehr modern unterwegs, muss ich sagen. Sehr modern. Ja, sehr modern. Sehr modern. Sehr moderne. Sehr modern. Na ja, lassen wir uns überraschen, ne? Ob Flo das sechste Mal gewinnen wird. Hallo. Flo wird übrigens wieder mit dabei. Ach, äh. Achtung, Spoiler. Okay. Ja, bringt immer sehr viel, wenn man so 20 Sekunden spielt. Das ist egal. Das kommt wie erst in zwei Wochen. Klassiker. My bad. So. Schlange. Okay. Und Blocki. Ne, stopp. Blocki schickt Starapta in den Kampf mit. Passt. Hallo Uwe. Mega Durak. Ui. Ja, ich dachte mir, ich bringe mal unsere Mega-Pokémon zurück. Ja, das stimmt. Weil die haben wir lange vermisst und dementsprechend müssen sie einfach mal wieder, die müssen zurückkommen. Ja. Das sieht man schon, sag ich. Das sieht man schon. Das ist eine sehr gute Streat. Ich fühle übrigens, äh, die Dragoneer Shiny-Form. Ich mag vor allem die Farbe von den Perlen. Ich find die voll geil. Und ich mag die Kombi davon. Oh ja. Ja. Wobei ich sagen muss, dass die früher die Perlen besser aussahen. Also wenn ich sie jetzt gerade so sehe, die sahen mal besser aus. Die Perlen. Feuer. Da wo jetzt eine Hitzewelle kommt. Richtig on fire. Richtig on fire. Richtig on fire. Hitzewelle. Das ist dann quasi ein Lava-Gass. Rachen-Claw. Ja, er ist ja Mega-Glurak X. Ja, genau, genau, genau. Nicht vergessen. Hitzewelle. Boah, richtig schade. Hitze. Das wird... Ja, okay. Das war... Das war atemberaubend wenig, um ehrlich zu sein. Das war tatsächlich so nicht wenig. Oh nein, der E-Speed-Killer. Oh Mann. Ich schon wieder. Der E-Speed-Killer. Okay, Milza. Du schaffst es, Milza. Ja, das geht easy. Milza! So ein G. Ich war mir unsicher. Ich auch. So ein G. Da weiß ich jetzt auch nur Milza. Der ist ein kleiner Racker. Ja, es ist ein fucking Dracon-Meteor-Stab. Na und? Du bist ja auch eine richtige Schlange. Alles normal im Stab. Hat nicht schon Sinn. Alles Drache im Stab. Gut. Spannend. Baudian. Baudian. Moini. Die sind ja jetzt offiziell auch hier erlaubt. Dementsprechend müssen wir alles probieren, wie die so sind. Ja. Natürlich sind die erlaubt. Ja. Okay. Okay. Ich baller Support. Ich baller Support. Okay, baller Support. Boah, was ein Mega-Gurak, ey. Ja. Warum ist denn der so schnell? Mega-Gurak, ey. Ich frage mich eher, warum du so langsam bist. Ja, das frage ich mich gerade. Okay. Sehr perfekt. Das haben wir das Problem haben. Problem gelöst. Das Problem habt ihr offenkundig gelöst. Alter. Alles easy. Aber unfair von dir. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Drake, ich müsste... Weil der einfach weiter Drake wird. Und nicht mal hittet. Ja, weil's nur... Boah, hat der Skoblinsen? Das wird cool. Mann. Oh, wie süß, Milzer hat gerade... Ach, komm, scheiß drauf. Ich hab gar nicht verstanden, was der jetzt gesagt hat. Ich hab nur... Ja, Milzer hat mich gerade so süß angeschaut. Ich hatte so eine Nahaufnahme gerade von Milzers Gesicht bestimmt. Ach so. Ich dachte kurz, du wärst so Stimmbruch gekommen und hättest... Weiß ich nicht, was passiert ist. Ja. Nee. Ja, schöner. Schöner Schaden, schöner Schaden. Flammenblitz. Flammblitz. 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 Flammblitz ist doch so mit Strom. So. Dann wollen wir mal nicht die Windeboge aufs Feld holen, sondern die Sturmeboge. Aha, da ist der Sturm. Da ist er ja. Jetzt hätt ich's gar nicht. Haben wir ihn die ganze Zeit vermisst. Jetzt ist er da. Ja, er, er, er... Da ist der kleine Racker. Wenn wir jetzt noch Sonne hätten, wär das natürlich wild. Nee. Das wär ganz wild. Soll ich Sonne rausholen? Ja, gerne. Okay. Soll ich Sonne rausholen? Lieber nicht. Doch, 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 doch. Macht ein bisschen zu viel. Nee, ich glaub, das wird mir... Macht mir ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht, wie viel Bullshit der kann. Das ist mein Problem gerade. Er kann... Er kann gar nicht so viel krasses Zeug. Nein. Nein. Ich glaub, das bisschen was er heißt. Das, das was er kann, ist krank. Ja, ja. Aber so viel kann der nicht. Aber das, was er kann, ist krank. Oh. Weiß. Ja, 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 ja. Ja. Wir splittern hier mal ne Runde, Alter. Die Schienbeine werden zersplittert. Splittert. Das find ich immer toll. Das mach ich auch nicht. Den Rücken bin ich ja gar nicht gebraucht. Bisschen Schienbeine zersplittern. Da sind wir dabei. Schade. Warum kriege ich Chrissy ab, Mann? Ja, easy. Das Problem ist, wir haben leider keine Speed Control mitgebracht, ne? Hydro-Dampf. Das ist das erste Mal in die Generationen. Ja. Sieht ziemlich langweilig aus. Ja, ich wollte auch grad sagen, das war ja unfassbar unspektakulär. Aber genau so muss es ja auch aussehen, oder nicht? Ja, im Endeffekt ja, aber ich denk mir immer trotzdem, könnte auch cooler sein. Also, zum Beispiel der Dampfspal damals sah cooler aus. Von Vulcanion, bin ich ehrlich. Was mach ich denn jetzt? Da stehen so Wasser-Pokémon rum. Eins. Also eins steht da, ja. Da steht so ein Wasser-Pokémon rum. Mein Schild doch, Leute. Junge, du hast doch wohl nen Flug-Step, oder nicht? Dann können wir den ja sowas von... Nee, Eishmitter killt doch schon. Das ist easy. Ich hab den Rücken. Ganz easy. Alles easy, guys. Ganz easy. Ganz easy, guys. Alles easy, alles going, Freunde. Gar kein Problem. Easy going. Easy going. Easy going. Wir haben jetzt übrigens gerade hier einen Mega-Turtalk auf dem Spielfeld, für die, die es nicht gekannt haben. Für die Thumbnail, damit ihr mich angucken könnt. Ja, mega. Das sagt er auch nicht. Danke, danke. Aber warum denn mit dem jetzt noch? Der hat doch fast keine KP mehr. Für die Thumbnail. Jetzt geht ein Eishmitter nicht mehr. Nee, das wird nicht auf Thumbnail gepackt, Dennis. Jetzt hätte ich dir auch sagen können, das kommt doch nicht drauf. Ja, schade. Aber wenn, dann wäre das jetzt ne gute Thumbnail. Ich hab nur drauf gedacht. Ja, aber das wenn bringt uns ja jetzt nix. Ja, aber das ist doch Klickmagnet. Hallo. So, Megaturtalk ist jetzt da. Ein Eishmitter wird resisted. Hört auf. Nee, das ist schon alles richtig so. Ich will das nicht mehr. Ihr seid beide so frech, ne? Okay. Oha. Alter. Spinnst du oder was? Chill doch. Volltreffer, Brugger. Was ist denn mit dir? Wahnsinn. Bojan wurde in Wirbeln im Feuer eingeschlossen. Ich hab dich in Wirbeln im Feuer eingeschlossen. Nee, hast du überhaupt nicht, Alter. Da gehen wir mal ganz schnell raus. Bojan. Das ist so frech. Alles geplant stark. Ja. Sehr nett. Sehr nett. Agro Stella. Achso, ich hab grad überlegt, welches Pokémon das ist. Aber ja. Was könnte das sein? Dieses sogenannte... Ich hab Angst geburnt zu werden, ne? Aber das burnt gar nicht. Nee. Das sieht so aus, als würde es burnen. Aquawelle. Jaja, ist ja Megatote. Megatote. Ja, genau. Ja, dementsprechend seine Attacken auch drauf. Ich glaube, der ballert den einfach weg, ja. Ja. Da muss er wieder tryharden, Alter. Das ist ein totes Jahr. Eben mal. Ey, so ein... Das sieht... Alter, dieses hier Woge-Shit, ne? Sieht ein bisschen krank aus. Woge-Shit. Wenn er noch so eine... Wenn er noch so eine 2-Meter-Achse in seinem Kopf fängt. Ich hab ein bisschen... Bisschen Respekt. Du klatzt mit. Ich seh da auch dieses Lucario gar nicht, Alter. Wegen der Scheißart. Ja, ich seh auch nur das, was so ein bisschen da so läuft. Nebendran. Mehr seh ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Das sieht man schon im Wind. Rück, Alter. Nochmal Rückenwind. Mega geil. Ja, aber mit Windkraft, oder? Ja. Oh. Stark, stark. Das ist aufgeladen. Aufgeladen? Buh. Hallo. Wir sind auf dem letzten Mon, beide. Nee, das stimmt. Seid ja nicht, Flo-Wert. Das ist eine Lüge. Achso, ja. Stimmt. Ich hab nur mit 5 KP Dings. Alter. Hallo. Ihr könnt euch auch mal gegenseitig angreifen. Nee, 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 nee. Nee. Ich glaub, das erledigt ihr schon gut für... Ja, ich wollt grad sagen, ich glaub... Nein. Habt ihr in diesem gesamten Match noch nicht einmal gemacht? Das ist richtig, und trotzdem haben wir schon bei uns verloren. Genau. Na, weil... Ja. Dann müssen sie das sehen. Ja. Ah, ja, ja. Erbruhigen sie sich doch alle wieder. Ich darf in diesem FFA machen, was ich möchte. Meine Sturmgewogen. Ja, ja. Nö. Ist meins. Oh, wie der down geht. Ja, doch. Nö. Ist tot. Ja, elegant gestorben. Ja, okay. Schön, dass wir uns einig sind. Okay. Die Aurasphäre. Da, schau. Kaum greif ich meinem Partner, schon die Fehlentscheidung gewesen. Aber du hast dich direkt beeinflussen lassen. Das ist richtig. Wollte ich grad sagen, du hast dich beeinflussen lassen, Daudi. Deswegen musst du jetzt gestorben dauern. Ich hätte mich nicht beeinflussen lassen. Ja. Es ist immer, wenn Leute laut schreien, lässt man sich zu leicht von denen beeinflussen. Wenn Leute laut rumheulen. Ja. Hier kommt die Grinze. Greift nicht mich an. Ja. Hallo. Ich habe Bauchschmerzen. Mega Pizarflo, Alter. Habt doch mittlerweile. Ja, hat es leider nicht gereicht. Mega Pizarflo. Dame. Pizarflo. Oh. Das ist ja gigauck. Hat das Geld gefehlt. W121 ist selbe Pokémon. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ja, nö. Weiß ich nicht. Doppelflige. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ey, wieso misst alles von mir? Matsch. Stark. Oh, ich bin zweitschnellstes Mal. Mega Pizarflo, da hast du es versucht. Mega Pizarflo, da hast du es versucht. Mega Pizarflo, da hast du es versucht. Sehr einfach. Ando, es geht mit die Omni-Boosts, Alter. Boom. Oh, das war ja gar kein Start. Oh. Oh. Das ist unglaublich. Wow. Wer kann es noch irgendwie schaffen? Der ist viel zu scary jetzt. Geht schon. Mit dieser Vierfachschwäche, die ich hier habe, kann ich die gar nicht machen. Ja, gar keinen Stress. Mach dir da keinen Kopf. Einmal Vertrauen haben. Oh. Alter, guck mal. Oh mein Gott, die Omni-Boost. Let's go. I'm in danger, Alter. Wow, Dennis, einmal nicht den Omni-Boost kriegen. Wie wäre es? Ja. Hast du recht. Schwierig jetzt. Jetzt halte ich die Chancen wieder für geringer. Ist echt doof gelaufen so, ne? Naja. Naja. Ich schau mal, was da noch so bei rumkommt. Stromstoß. Oh. Das ist toll. Das kam überraschend. Das kam sehr überraschend in der Tat. Damit hat niemand gerechnet. Du musst jetzt einfach nur noch einen Antik-Kraft-Boost mitnehmen. Ganz simple, Dennis. Ich sag mal, Gong sieht fucking insane gerade aus. Ganz simple. Ja. Tatsächlich. Bam. Oh nein. Oh, Alter. Was lebst du denn? Der Rückenwind hat sich gelegen. Oh, der Rückenwind lässt nach. Ich glaub an dich, Dennis. Ja, ich glaub auch an dich. Und an die Grinsebacke. Ihr schafft das. Okay, Blocky, ich könnte dich töten. Ja. Wollen wir einfach gemeinsam ihn töten? Ja, würde ich sagen. Nein, lasst mich in Ruhe. Lass doch das arme Car-Cole, heißt es glaube ich, in Ruhe. Ich weiß deinen Namen nicht, aber wir schaffen das zusammen. Stromstoß. Alter. Du heilige Bands. Ich bin der beste Waggon. Du schaffst es. Du schaffst es. Los Waggon. Das war, ja. Genesen. Aber damit gewinnt er trotzdem nicht. Ja, aber mit Eissplitter oder was? Ja, easy, hä? Das wäre ein mächtiger Damage. Los Waggon, du schaffst es. Ich stall dich aus. Nein. Waggon. Waggon, Alter. Du kriegst der Waggon. Er ist jetzt einfach starker Spieler. Und der Omni-Boost auf Voltrian, der war auch so gut. Der war mega stark. Ja, ja, ja. Man muss auch ein bisschen asozial sein und dem Gegner nochmal zeigen, du könntest vielleicht noch eine Chance haben, ihn dann richtig zu zerquetschen. Genau, genau. Ja, genau, genau. Ich wollte ihm Sicherheit damit geben. Genau so sieht es aus. Sehr gut gemacht. Ja. Ja. Ja, schlecht gespielt, Blocki. Ja, sorry. Nächstes Mal vielleicht, ja? Bestimmt. Ja. Yani. Ja. 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 蘑 Puh. Ja. Ja.